Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, um mit uns das 65-jährige Beschehen des Grenzland-Tambu-Kops an uns zu feiern. Bedanken möchte ich mich bei allen Gastvereinen, die heute zu uns gekommen sind. Besonders begrüßen möchte ich unsere, oder einerseits, unsere befreundeten Spielmann-Zuchtenverfahren zu Osmar Gröning, die seit heute Morgen auf dem Bein sind, um heute mit uns feiern zu können. Andererseits begrüßen möchte ich unseren Bürgermeister Rudi Golkes, der traditionell das Fass gleich anstechen wird. Außerdem freuen wir uns sehr, dass er natürlich laut Fürst Karl Philipp zu seinem Salm unserer Einladung hier gefolgt ist. Herzlich Willkommen! Hier steht noch eine große Aufgabe bevor, von daher möchte ich nicht ganz so viel reden, meine Kräfte sammeln und mich konzentrieren. Ich möchte aber trotzdem, lieber Daniel, euch, dem Grenzland-Tambu-Kor Arnold, ganz, ganz herzlich zum 65-jährigen Jubiläum gratulieren. Und wenn ich mir das hier anschaue, was hier im Zelt, was vor dem Zelt, was wahrscheinlich auch noch kommen wird, sich alles so abspielt, dann bin ich wirklich beeindruckt und kann mich wirklich nur absolut im Namen der Stadt Isebul, die ja immer noch ein Kooperationspartner ist, ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich bedanke mich auch, ich habe es im Vorwort der Broschüre bereits gesagt, für die ganz hervorragende Jugendarbeit, die der Grenzland-Tambu-Kor seit mittlerweile 65 Jahren betreibt. Ich wünsche allen eine schöne Pfingstchemist und ich hoffe, dass Sie mir alle die Daumen drücken. Der Johannes hat mir gerade gesagt, das müsste in einem Schlag klappen, ich kann es nicht garantieren. Ich gebe mein Bestes. Schöne Feier. Super, und er passt, sagt Johannes. Das war's schon. Das war ja unspektakulär. Jetzt geht's los. Oh, ganz um Wohle. Jetzt führt er das Ring. Mehr, mehr. Sie wollen schnell.